Hallo und herzlich willkommen zu Part 2 von Seven Gates, dem Spiel, das Beruhigung schafft. Ein Dreigewinnspiel. Wir sind hier im 1, 2, 3, 4, 5, 6 Level und ja, wir spielen doch gleich mal weiter. Ziel, Kacheln zu zerbrechen und wir sehen, hier passiert es schon von alleine, weil sie so gut liegen. Und genau, die schwarzen hier sind doppelte, die müssen doppelt so praktisch zerbrochen werden und die ein bisschen dunkler dann nur einfach. Genau. So geht es dann dahin. Und dieses Feld ist eigentlich super, dass es von alleine ganz viel schon krachbominiert, bominiert, habe ich jetzt gesagt. Haha, bominiert. Na. So. Das war gut. Nein. Ja gut. So schlimm war es dann doch nicht. Wir haben hier unten noch unsere Joker, die wir verwenden können, aber wow. Ja gerade, so brauchen wir es nicht, aber... Die Zeit läuft ja auch ab und ich muss ja trotzdem hier gucken, dass ich das hier zu Ende kriege. Hallo, hört mal auf hier. So. Jetzt die Sterne werden voll wichtig. Nein, wie zum Beispiel hier jetzt. Genau, jetzt kann ich hier. Ach, gut. Zack. Und somit habe ich das Level geschafft. Nein, ich muss hier noch dieses Ding nach unten bringen. Ähm, jetzt mache ich am besten sowas nicht so klug. Auch nicht mega klug. Bin schon in der silbernen Zeit. Hm, mäh. Jetzt lasst mich weiterspielen, Leute. Leute, dann sage ich Steine. Steine hindern mich daran. Ah, oder? Ich bringe das hier so rüber, dann... Soll ich schon durchgegeben. Okay, sehr gut. Somit habe ich das Level geschafft. Und... Hm, es zeigt sich noch mehr Gold. Perfekt. Ja, machen wir gleich weiter. Und zwar mit dem siebten Level würde ich vorschlagen, mal was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Ja. Oh, eine neue Anleitung. Einige Steine sind verschlossen und können nicht aus Teil einer Kette agieren. Ach, bis sie aufgeschlossen werden. Okay, also die bleiben fest da und ich muss direkt... Okay. Okay, ich habe es kapiert. Ähm, ich muss hier jetzt... Moment, genau das grüne zum Beispiel. Wenn ich das hier in Schiebzack habe, wird es aufgeschlossen und zur Sicht aber ebenfalls. Das finde ich gut. Das wollte ich nämlich wissen. Ob das dann nochmal da bleibt. Wie bei Candy Crush. Oder... Oh, gleich wäre wo. Sorry. Und ein neuer Stein ist da. Schön. Ach, ja. Und ich muss 20 von diesen lilanen Steinen übrigens kaputt machen. Damit ich das Level übrigens schaffe. Aber es sieht momentan besser aus, als gedacht. Halt. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Ich hätte ja auch noch mal einen Joker da unten, aber der braucht schon so lange, wie er aufgeladen ist. Hm, aber mir ist gerade langweilig. Nehmen wir ihn jetzt, zack. Ach so, der tut nicht die gelben kaputt machen, sondern der nimmt alle weg und macht noch mal neu. Das ist interessant. Leider war auch total blöd, weil ich das eigentlich gar nicht gebraucht hätte, so richtig. Oh Mann. Halt. Ja. Ah. Okay, jetzt kommt die Silberzeit gleich wieder. Mensch, ich lasse mir aber auch so viel Zeit hier. Aber ich habe es jetzt geschafft. Und weiter geht's. Machen wir gleich weiter. Was fällt Ihnen jetzt ein? Jetzt haben wir wieder diese Eisblöcke. Die zerspringen, wenn nebenbei was explodiert. Fantastisch. Die zerspringen, die zerspringen wurde. Und das ist eine komplette, die zerspringen, die zerspringen und zerspringen war. Das war ein Dreifachstein. Interessant. Oder ne, Vierfach sogar. Das ist Vierfach der Wasser, der gut gemacht werden muss. Ich hätte gerne weitere Joker, damit alles schneller geht. Weil das ist schon sehr nervdraubend. Heißt das so? Nervdraubend? Ja. Ach, Menno. Jetzt bin ich beleidigt. Jetzt mache ich da weiter. Ah, das ist dafür ganz gut. Und Lila. Ach Mist. Was hätte ich vorher schon machen können? Hey, aber ich bin noch voll in der Goldzeit. Anscheinend haben die gleich mit mir gerechnet, dass man länger braucht. Das war schon immer so, oder? Das hätte ich schon immer machen können. Ja, manchmal brauche ich auch ein bisschen weniger. Hey. Geschafft. Oh, wieder Gold. Perfekt. Wie geht's dir? по- Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich will auch mal wieder entscheiden können, was weg geht. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Ob das heute noch was wird? Ja, die linke Seite habe ich wenigstens schon. Und auch das haben wir geschafft. War nur in Silberzeit, aber geschafft. Und nicht mehr viel. Immer wieder eine kleine Brise Wind sorgt für goldenen Glanz. Schön. So, die letzten beiden Level kommen dann im nächsten Part und dann hoffe ich dann, dass wir auf jeden Fall das hier gut schaffen. Mit der ersten Welt freue ich mich schon drauf.